Haben Sie gewusst, dass Salzburg eine eigene Damen-Eishockey-Mannschaft hat? Ja, schon seit 2001 und das sogar ziemlich erfolgreich. Am 9. November luden die Damen der Salzburg Eagles zum Schnuppetraining im Volksgarten ein. So, jetzt aber ab aufs Eis. Aufwärmen ist angesagt. Beim Aufwärmen lernen die Teilnehmerinnen das richtige und effiziente Eislaufen, direkt von den Profis. Dazu gehören auch Fitness- und Konditionstraining. Ja, auch das richtige Trinken durch den Helm in der Pause ist nicht so leicht, wie sich das einer vielleicht vorstellt. Sind die Muskeln richtig warm, geht's wieder zurück in die Halle zum echten Eishockey-Training mit Buck und Schläger. Musik 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 Wenn du bei diesen Bildern Lust bekommen hast, selbst das Eiszeichen, zum Schmelzen zu bringen, dann komm einfach vorbei, jeden Montag um 18.30 Uhr zum Schnuppetraining im Volksgarten. Mehr Infos erhältst du unter www.salzburg-eagles.at Musik 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 Ja, Opa, gib mir ein Zeidig. Na, dauern schon. Ja, sogar ganz vorne raus. Habe ich auch schon gewusst. Dank meinem Bezirk.de